Heyo Leute, herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video auf meinem Kanal. Ich spiele in letzter Zeit sehr viel und sehr gerne The Witcher 3. Und nachdem ich es lange lange pausiert hatte, ich habe es vor zwei Jahren oder so mal angefangen, dann irgendwann liegen lassen, habe ich es jetzt mit noch mehr Begeisterung wieder aufgenommen und setze jetzt quasi meine Reise als Geralt von Riva fort. Und es ist einfach Wahnsinn, wie stark ich mich in dieses Spiel, aber auch in diese Spielwelt verknallt habe, weil alles einfach sehr sehr lebendig, sehr sehr glaubwürdig und sehr sehr liebevoll ist. Und nachdem ich jetzt lange lange gespielt habe, dachte ich mir, mache ich doch einfach mal ein kleines Video, wo ich mal so ein paar Szenen zusammenstelle. Nicht von den Charakteren, nicht von den Kämpfen, sondern einfach mal von der Umgebung, um euch mal zu zeigen, wie schön dieses Spiel gemacht ist. Vor allem auch, wie stark der Einfluss von irgendwelchen Wetter- und Beleuchtungseffekten ist und einfach, warum ich das so toll finde. Deswegen lasse ich euch jetzt auch direkt mit den Bildern alleine und wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr findet es genauso klasse wie ich. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss! Excuse mich? Ich verkeits rein. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020